Liebe Community, liebe Gäste des Corporate Learning Camps, seitens Nordmetall freuen wir uns, Sie alle am 28. und 29. März diesen Jahres in Hamburg zu begrüßen. Wir sind sehr stolz darauf, dass diesjährige Corporate Learning Camp gemeinsam mit der Corporate Learning Community und der Technischen Universität Hamburg organisieren und durchführen zu können. Für uns als Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie und für unsere Mitgliedsunternehmen ist dieses Thema ein sehr zentrales. Arbeiten und Lernen im Jahr 2025. Im Kern geht es um die Frage, wie wir die Arbeit in unseren Betrieben jetzt und in Zukunft gestalten können. Der digitale Strukturwandel bringt dazu viele neue Möglichkeiten und Chancen mit sich. Insbesondere im Hinblick auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren und lernen. Und wir machen, wie sicher viele unter Ihnen auch, immer wieder und zu verschiedensten Gelegenheiten die Erfahrung, dass es zunehmend wichtiger wird, beweglich zu sein, agil zu sein, Wissen und Verantwortung zu teilen, transparent zu arbeiten, auch frische Impulse aufzunehmen und Netzwerke mit interessierten und interessanten Menschen zu gestalten. Und genau aus diesem Grund ist für uns das Corporate Learning Camp ein ganz großartiges Format und wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam zu lernen, teilzunehmen, teilzugeben und Erfahrungen auszutauschen. Und dass wir heute, im Januar 2019, mit knapp 300 Anmeldungen bereits so gut wie Full House sind, ist natürlich ganz große Klasse und belegt und zeigt, wie großartig die Community funktioniert. Sollten Sie also noch dabei sein wollen, seien Sie schnell. Und besonders bedanken möchten wir uns bereits heute bei unseren beiden Mitveranstaltern. Bei der Technischen Universität Hamburg, weil sie dem Corporate Learning Camp 2019 ein interessantes und sehr ansprechendes Zuhause gibt. Und bei der Corporate Learning Community, weil sie ihr Netzwerk so offen und bereitwillig mit uns und unseren Mitgliedsunternehmen teilt. Willkommen in Hamburg, wir freuen uns auf Sie. Willkommen in Hamburg, wir freuen uns auf Sie. Willkommen in Hamburg, wir freuen uns auf Sie.